Ich glaube jetzt nach 30 Jahren ist Impulstanz vielleicht ein Traditionsunternehmen erster Güte, wenn man so sagen kann. Das bedarf schon sehr viel Planung und auch Leidenschaft für die Mitarbeiterteam. Für mich ist es wie ein Arbeiten mit Freunden und das Thema ist eigentlich unerschöpflich, wenn du mit Tanzschaffenden zusammenarbeiten darfst. Ich glaube die größten Herausforderungen sind natürlich einmal ein gutes Programm zusammenzustellen, es auch budgetär bedecken zu können und dazu bedarf man natürlich guter Partner und auch Förderer und die Bank Austria ist eine solche. Dieses Ermöglichen dieser Ideen, da gibt es so viele schöne persönliche und neue Begegnungen, dass man sich das schon aufs nächste Mal freut. Das ist eine solche, diese interessante Zuhause aus dem Thema. Es gibt Menschen in der Schweiz. Es gibt Menschen in der Schweiz über die Überlegung Einstattland,